Was ist denn los? Musstest du auf die stille Treppe? Hat dich einer geschlagen? Hat dich einer geärgert? Hat dir einer was mitgenommen? Willst du nach Hause? Willst du hierbleiben? Hast du Hunger? Willst du was malen? Ein Buch? Bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden? Nervt dich irgendwas? Bin ich schuld? Liegt es an Deutschland? Bin die anderen schuld? Weißt du, wie ich dich jetzt nenne? Sebastian Beißler Ja, das war's schon mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.